Am Ende ist es immer einmal im Jahr diese Erdung, also nicht hochmütig zu werden, nicht sich auf dem ausruhen, was man hat und nicht permanent sich selbst zu kopieren, sich selbst zu wiederholen, sondern zu sehen, dass es Paralleluniversen gibt, in denen es ganz andere Maßstäbe und Regeln gibt. Steffen, du schaffst es! Am Ende ist es immer noch einmal im Jahr. Ich denke, es will auch immer in den ganzen Tag zu besuchen! es dass die Stimme und H причine das Stimme einigen, Stimme undpic es Quelle Stimme Sie werden von den Stimme